Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Yareli Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt ein Forma und ich habe den ganzen Bild auf ihre dritte Fähigkeit, die Aqua Blades, ausgelegt. Wir gucken uns die Fähigkeit gleich einmal an, aber zuerst einmal die Mods, die verwendet. Als Aura haben wir Growing Power drin. Damit wird jeder Statuseffekt, den wir mit Waffen verursachen, gibt uns 25% Fähigkeitenstärke und das für 6 Sekunden. Dann haben wir plus 55% Fähigkeitenstärke, minus 27,5% Fähigkeitendauer, plus 99% Fähigkeitenstärke, minus 55% Fähigkeiteneffizienz, plus 90% Fähigkeitendauer, dafür aber minus 60% Fähigkeitenreichweite. Dann haben wir plus 60% Fähigkeiteneffizienz, minus 60% Fähigkeitendauer, dann haben wir plus 24% Fähigkeitendauer, plus 30% Fähigkeiteneffizienz, plus 30% Fähigkeitenstärke und zu guter Letzt noch einmal plus 24% Fähigkeitenstärke. Da kommen wir auf eine Fähigkeitendauer von 127%, eine Effizienz von 135%, eine Reichweite von 40% und Stärke von 308%. Unsere Aqua Blades kosten uns 48,75 Energie, halten 37,95 Sekunden, wenn wir sie aktivieren und machen Damage von 1540. Ich habe schon einmal Level 100 Gegner gespawnt, da gucken wir uns das Ganze an. Wie gesagt, der Build ist eigentlich nur auf Aqua Blades ausgelegt, denn wir haben dementsprechend die Reichweite runter, da wir es für Aqua Blades nicht benötigen. Ihr könnt natürlich die anderen Fähigkeiten auch benutzen, aber ihr seht schon, bei den Bubbles haben wir nur noch eine Reichweite von 12 Meter, es ist dementsprechend reduziert. Alles andere würde natürlich auch noch funktionieren, außer bei der 4 seht ihr auch schon, die Reichweite und der Radius ist dementsprechend auch verkleinert. Aber vom Damage her und allen drum und dran würde es auch gehen. Aber für mich war die dritte Fähigkeit die spannendste Fähigkeit. Das gucken wir uns jetzt einmal an. Wir machen einmal Energie voll und gehen dann einmal zu den Gegnern. Und dann aktivieren wir mal die dritte Fähigkeit. Wie gesagt, es sind alles Level 100 Gegner. Wir stellen uns einmal so hin, dass die auch alle schön Damage bekommen. Da sehen wir schon bei den Corrupted Bombard hier vor uns, wie er einfach langsam, aber sicher zugrunde geht. Und das bei Level 100 Gegnern. Ihr aktiviert es einmal und fast 40 Sekunden hält die Fähigkeit an und zack, Gegner sind alle tot. Wenn ihr jetzt eine Survival zum Beispiel macht, viele Gegner auf dem Haufen habt, die Fähigkeit aktivieren. Gegner kommen zu euch ran. Ihr steht vielleicht im Raum und alle kriegen einfach durchgehend den Schaden dann ab. Also für mich die beste Fähigkeit vom Frame. Daher ist der ganze Bild auf die dritte Fähigkeit ausgelegt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr Yareli gemoddet habt. Ob ihr vielleicht sagt, ihr benutzt die erste Fähigkeit oder die erste in Kombination mit der dritten. Oder die drei und die vier. Oder vielleicht benutzt ihr nur die zweite. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ansonsten auch gerne mal, was ihr zu dem Bild sagt. Ob ihr sagt, Aqua Blades gut oder eher so, naja. Und ja, ansonsten war es das auch schon wieder mit dem Bild und dem Video. Wie immer würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020